Ich habe ja mittlerweile ein mega Schreibtisch-Setup und wirklich alles, was man braucht. Einen höhenverstellbaren Schreibtisch, zwei Monitore, Top-Tastatur und Maus, sogar eine 3D-Konstruktionsmaus, also wirklich alles, was man braucht. Aber wenn ich zurzeit was über Lautsprecher anhören will, sei es, weil ich Thomas ein Video zeigen will oder einfach keinen Bock habe, mir kurz mein Headset aufzusetzen, dann sieht es aktuell so aus. Ich drehe einfach mein Headset und meinen PC auf volle Lautstärke und habe so einfach das totale Unvergnügen, wenn ich mir Videos anschaue. Sondern auch eigentlich mehr auf Geld als auf Karten ausgelegt. Weil ich jetzt aber hauptsächlich Karten in meinem Geldbeutel habe. Also wie man sieht, es funktioniert, aber es ist einfach nicht geil und deswegen setzen wir dem heute ein Ende und ich baue hier meine eigenen Desktop-Lautsprecher. Und weil die natürlich nicht nur gut funktionieren sollen, sondern auch nach was aussehen sollen, bauen wir die aus richtig schönem Massivholz. Ich habe mich jetzt hier auch schon ein bisschen mit KI gespielt und ein paar Bilder generiert, wie diese Lautsprecher ungefähr ausschauen könnten. Am Ende bin ich dann bei einem Entwurf gelandet, der ungefähr so aussah. Den fand ich von der Form richtig geil und auch, dass es zwei verschiedene Materialien sind. Ich glaube, das werden wir genauso machen. Außerdem finde ich es auch geil, dass diese Schwungkörper, Chassis, Lautsprecher, Bums, Dinger, keine Ahnung, diese komischen, ja, diese komischen schwarzen Teile halt hier, die ja im Endeffekt dafür verantwortlich sind, dass da auch Ton rauskommt. Auf jeden Fall finde ich es geil, dass die sichtbar sind und nicht so ein Gitter vor sich haben, wie die meisten Lautsprecher. Ich finde, das sieht ziemlich edel aus und ich denke, mit dem Bild und ein bisschen Fantasie hocke ich mich jetzt ans CAD und dann wird da schon was Gutes bei rauskommen. Los geht's mit unseren Lautsprechern erstmal mit einer Holzkiste. Dafür habe ich mir hier aus unserer Restholzabteilung noch schönes Eichenholz besorgt und das schneiden wir uns jetzt an der Tischkreissäge zu. Das scheitert jetzt erstmal schon wieder am richtigen Sägeblatt. Zum Glück haben wir das Richtige da. Richtig rum natürlich. Also breit sind die Dinger jetzt genau 150 Millimeter. Jetzt muss ich sie nur noch auf die richtige Länge schneiden und das mache ich mit unserem Schiebeschlitten. Und der sieht so aus. Da kann ich mir hier jetzt ein Maß einstellen. Dann lege ich die hier so rein. Zack und schneide die auf Breite. Damit man die Teile jetzt aber richtig zusammenleimen kann, brauchen wir natürlich noch eine Gärung. Und die schneiden wir jetzt. Bevor ich die jetzt zusammenleim, verpasse ich den Teil nochmal eine Nut. Da kommt später nämlich die Rückwand von dem Lautsprecher rein. Und das mache ich hier in der Oberfräse. Der muss raus. Nutfräser rein. Dann nehme ich mir hier so ein Hochpräzisionsmessapparat und stelle mir den auf 10 Millimeter. Bam. 10,1. Gut genug. Und dann geht es ab ans Nutenfräsen. Genau. Und hier kommt später die Rückwand rein. Jetzt müssen wir das Teil erstmal verleimen. Für die Frontblende habe ich mich ja für Alu entschieden. Und das gibt nicht nur einen geilen Kontrast zum Eichenholz, sondern macht aus unserer Holzkiste eine noch viel schönere Holzkiste. Also habe ich mir einfach eine 4 Millimeter Platte aus unserem Lager geholt. Und ja, irgendwie war das nicht so schlau. Weil die Alulegierung anscheinend überhaupt keinen Bock hatte, gefräst zu werden, ist das Alu einfach weggeschmolzen, hat den Fräser verstopft und ich musste die Operation abbrechen, bevor es der Fräser tut. Also das richtige Alu bestellt und es in die CNC eingespannt. Damit das Ganze jetzt nicht wieder zu warm wird und einfach wegschmilzt, habe ich diesmal ordentlich Isopropanol draufgesprüht. Das kühlt das Ganze ziemlich gut ab. Aus der CNC sehen diese Alublenden so aus. Die haben hier überall noch diese Haltestege. Die sind dafür da, dass diese Teile, wenn die losgefräst sind, also komplett ausgefräst sind, nicht in der Gegend rumfliegen, sondern da bleiben, wo sie sind. Und die machen wir jetzt noch weg mit einer Feile. Die sind nicht dick, die sind, ich glaube, zwei Zehntel Millimeter. Da machen wir noch einmal außenrum und hier innen den Grat weg, aber da führen wir auch Spezialwettzeug. Und zwar so einen Endkrater, mit dem fetzt man hier einmal durch. Und bekommt dann so eine richtig geile Phase. Die zwei Blenden, die schauen jetzt noch nach ziemlich rohem Baustoffaluminium aus. Dass wir da jetzt eine richtig schicke und gleichmäßige Oberfläche drauf kriegen, schmeiße ich die Dinger jetzt einmal in die Sandstrahlkabine. Das hat bei meinem Taschenmesser damals nämlich auch richtig gut funktioniert. Also mit diesem matten Finish kamen diese Klinge jetzt aus dem Sandstrahler. Dann haben wir jetzt hier unsere zwei Aluteile. Hier unsere Sandstrahlkabine. Puh, staubige Angelegenheit. Und da kommen jetzt unsere Alublenden rein. Dann ab dafür. Wenn bei uns im Büro mal wieder alle Kameras vergriffen sind oder wir unterwegs mit dem Handy filmen, wollen wir ja trotzdem ansehnliche und vor allem stabile Aufnahmen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Dafür habe ich hier einen Gimbal von Hohen, dem Sponsor des heutigen Videos. Der iSteady V3 kann mich mit seinem automatischen Tracking präzise verfolgen. Ich brauche nur das OK-Zeichen zu zeigen und schon bin ich im Fokus. Wenn man die Hand hebt, stoppt er wieder. So einfach ist das. Sogar ganz ohne App oder Bluetooth. Die Dreiachsenstabilisierung im Gerät funktioniert richtig gut. Selbst wenn ich wie hier wild herumfuchtel, bleibt das Handy super ruhig. Der Gimbal hat sogar eine Teleskopstange und ein integriertes Stativ. Und zwar so kompakt und faltbar, dass man es überall mit hinnehmen kann. Die abnehmbare Fernbedienung macht es außerdem super leicht, sich selbst im Bild zu positionieren. Das ist natürlich perfekt für Selfies und Gruppenfotos. Mit der Fernbedienung kann man auch die integrierte Beleuchtung steuern. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden kann man unbesorgt den ganzen Tag lang filmen und fotografieren. Egal ob ihr wie ich Videos dreht, Reisen dokumentiert oder Vlogs erstellt oder einfach nur stabile Aufnahmen wollt. Dieses Gimbal macht es viel einfacher. Besucht Hohen unter dem Link in der Videobeschreibung und checkt den iSteady V3 jetzt selbst aus. Und jetzt zurück in die Werkstatt. Dann holen wir den Brat mal raus. Ja geil. Jetzt hat mir so eine richtig gleichmäßige geile Sartanmatte Oberfläche. Und das machen wir zum zweiten Teil auch. Unter der Alufront der Lautsprecher versteckt sich noch diese Holzplatte, in die später die Membran-Dinger geschraubt werden. Damit die Teile da reinpassen und aus der Kiste endlich ein Lautsprecher wird, braucht es noch ein paar Löcher. Also Holz ab in die CNC und ab dafür. Weil ich das Holz später auch noch von der anderen Seite fräsen muss, habe ich hier auch zwei Löcher gefräst, in die später Holzdübel als Führungsbolzen reinkommen. Nachdem die erste Operation fertig war, habe ich die Platte umgedreht und die Vertiefung für die Aluplatte gefräst. Unsere Frontblenden haben ja schon diese Rundung hier und unsere Korpusse noch nicht. Die sind noch rechtwinklig. Damit wir hier jetzt auch so eine Rundung hinkriegen, die in etwa so ausschauen soll, habe ich hier den absoluten Todesfräser. Und damit runden wir unsere Korpusse jetzt ab. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bevor ich das Ganze jetzt verschleife, verschraube ich das erst mal. Boah, das passt richtig, richtig gut. Der ist das verschraubt. Verschraubt sind die Dinger jetzt. Jetzt geht es an Schleifen. Ich mache das Ganze jetzt hier mit Hand, weil man einfach ein bisschen mehr Gefühl drin hat. als in diesem mega-rabiaten Exzenterschleifer, den wir haben. Yo! Ich habe ein Instrument gebaut. Nachdem jetzt der erste Schleifdurchgang fertig ist, sprüche ich da mal Wasser drauf, weil dann stellen sich diese ganzen kleinen Holzfaserhärchen auf. Und wenn man dann noch mal drüber schleift, ist das Ganze aalglatt. Viertel Stunde später ist das Wasser jetzt trocken und ich kann fröhlich weiterschleifen. Das ist so unfassbar glatt. Und die werden so unfassbar gut aussehen, wenn da später noch Öl draufkommt. Fertig eingehüllt. Die Dinger lassen jetzt noch mal 20 Minuten trocknen. Und dann sind wir auch schon so gut wie fertig. Vielleicht der Bremsreiniger drauf. Ja, Thomas! Das wird aber gut funktionieren, oder? Mit Bremsreiniger? Ja. Alter, ich wette, es zieht hinterher genau wieder, also genau so wieder aus. Du wäschst das Öl da, glaube ich, komplett raus. Meinst du? Ja. Ist ja spannend rauszufinden. Ja, lass ausprobieren. Ja, ein bisschen viel, aber... Ja, lass es mal ein bisschen einziehen vielleicht. Kurz einziehen lassen. Alter! Ha! Für die Wissenschaft. Ja, mach das am besten mitten auf meinen Lautsprechern. Geh mal weg mit deinem Unfug hier, Thomas. Du meinst, das zieht jetzt raus? Das ist so ungesund für das Holz, glaube ich. Ich glaube, das kann man nicht einfach so entölen. Doch. Die Oberfläche ist ja trocken, das du packt haben, oder? Gib ihm noch mal und wisch mal ab dann. Also, ich glaube, oft machst du das nicht, weil dann ist das Öl einfach weg. Also, komplett kriegt man es nicht raus, aber doch, oder? Sieht ganz gut aus eigentlich jetzt. Öh! Komm mal her, stell ich mal hierher, wo ich bin. Ja. Hä? Digga, wow! Ah, das ist so Chamäleon-Effekt. Hö, ist von einer Seite voll hell für die anderen Seite. Ja! Ich glaube, das müssen wir uns praktizieren lassen. Öl und Bremse sind einige. Wie diese Wackelbilder. Während das Öl jetzt aushärten kann, kümmert sich Pascal um die Elektrik. Um den Lautsprecher jetzt ein bisschen Leben einzuhauen, haben wir hier ein wunderschönes Sammissorium aus Technik. Das besteht aus einerseits diesem wunderschönen Verstärker hier. Das ist so eine kleine Verstärker-Platine, die im Endeffekt die Lautsprecher oder die Chassis, äh, die Treiber, oder wie auch immer man sie nennen will, mit Strom versorgen. Die Chassis, Lautsprecher oder Treiber, das sind die Teile hier. Da haben wir einmal hier diesen Tieftöner. Das ist einfach das Teil hier. Der ist halt für die Frequenzen so bis 2000 Hertz zuständig. Und dann nochmals Hochtöner, damit wir so eine richtig schöne Brillanz am Ende bekommen, haben wir das Ding hier. Ist ein bisschen kleiner. Das ist so ein Soft-Dome-Tweeter. So heißen die Teile. Und der ist dafür zuständig, um alles über 2000 Hertz zu übernehmen. Also alles, was halt Percussions und halt irgendwelche Hi-Hats und sowas sind. Der hier sorgt für ein schönes Bassfundament und auch im Mittelton und bei der Stimme noch, damit sie sich richtig schön saftig anhören. Und rund. Genau. Damit wir den ganzen Spaß später ansteuern können, gibt es hier verschiedenste Kabel, die hier auf dieses Verstärkermodul drauf führen. Das Wichtigste ist die Stromversorgung. Dann gibt es noch einen Lautstärkeregler. Jetzt haben wir aber noch ein kleines Problem, denn das Verstärkermodul hat leider nur zwei Ausgänge, also zwei Kanäle. Wir haben aber ja vier Lautsprecher. Also zweimal hier einen Tieftöner und zwei Hochtöner. Deswegen müssen wir jetzt noch eine Frequenzweiche bauen, die dem Hochtöner nur die hohen Frequenzen gibt und dem Tieftöner nur die tiefen Frequenzen, damit wir mit zwei Kanälen rechts und links gleichzeitig betreiben können und nicht vier Kanäle brauchen, für jeden Lautsprecher ein Kanal. Da müssten wir nämlich auch die Frequenzweiche digital machen. Die Möglichkeit haben wir hier leider nicht, wenn wir Stereo haben wollen. Deswegen müssen wir sie selber bauen. Die Frequenzweiche bauen wir selber. Sie besteht aus einer Kupferspule und einem Kondensator. Die Spule, die wickeln wir selber. Und der Kondensator, den haben wir gekauft. Damit können wir dann einen Hochpass und einen Tiefpass machen, wo dann halt nur die Tiefen und nur die hohen Frequenzen durchgehen. Also ich habe jetzt hier meine zwei Frontblenden. Dann hat hier Pascal die Lautsprecher schon mal mit Kabel vorbereitet. Fake News, habe ich gemacht. Und die Teile schraube ich jetzt hier vorne in meine Lautsprecherblenden rein. Dann habe ich hier so winzige Schräubchen, weil ich will ja nicht, dass die vorne in der rauskommen. Und mit denen schraube ich die jetzt hier fest. Der erste ist jetzt soweit fertig, fehlt nur noch der zweite. Die Schrauben wollen davon selber nicht so richtig rein. Das heißt, man muss denen immer ein bisschen Starthilfe geben. Und dann machen die auch das, was sie sollen. Schau mal, die brauchen ein bisschen Meinungsverstärkung. Ja, genau. Die haben gar keinen Bock, da reinzugehen. Und fertig sind die zwei Fronten von meinen Lautsprechern. Und die baue ich jetzt in den Korpus ein. Den Korpus habe ich hier. Erstmal die Kabel hier drauf. Okay, voilà. Jetzt schauen die Teile doch schon mal aus wie ein Lautsprecher. Jetzt fehlt aber natürlich noch die Alufront hier. Boah, das passt so gut. Die ganze Elektrik, die Pascal hier gerade zusammengebraten hat, ist jetzt hier drin verstaut. Fehlt nur noch die Rückwand. Dafür habe ich mir einfach zwei Teile aus dem 3D-Drucker ausgedruckt. Mit einem sogenannten Bassreflexport. Der ist anscheinend mega wichtig, weil hier Luft mit Geschwindigkeiten rein und raus geht. Ist anscheinend mega wichtig. Bevor die Lautsprecher auf meinen Schreibtisch kommen, haben wir die erstmal provisorisch verkabelt. Dieses Loch oder eher das Rohr, das sich dahinter befindet, ist übrigens der Bassreflexport. Der sorgt kurz gesagt einfach dafür, dass wir aus relativ kleinen Lautsprechern auch einen guten Bass rausbekommen. Pascal hat sich dann an sein Audioprogramm gesetzt und die Lautsprecher eingemessen. Also Frequenzen abgespielt und die mit einem Mikrofon aufgenommen, um so die Lautsprecherschassis auf ihren optimalen Frequenzbereich einzustellen. Fertig eingemessen? Glaubt man gar nicht, was aus diesen kleinen Dingern für ein geiler Sound rauskommt. Also Pascal hat die Dinger jetzt ungefähr so 20 Minuten eingemessen und das ist echt krass, was der aus diesen kleinen Boxen rausholt. Wir können es euch jetzt leider nur schwer demonstrieren, weil über das Mikrofon kommt es wahrscheinlich eh total scheiße rüber. Auf jeden Fall nehme ich mir die zwei Dinger jetzt und packe sie an mein Schreibtisch-Setup. Also nicht nur, dass meine Lautsprecher besser aussehen als Thomas seine, sondern Thomas, 400 Euro Lautsprecher rauschen auch wie Kacke. Ja, vielleicht haben die auch nur 150 Euro gekostet. Echt? Ich dachte, die wären so asozial teuer. Den Riesenvorteil, den die Lautsprecher jetzt haben, beziehungsweise ja nicht mal die Lautsprecher an sich, sondern einfach diesen Riesen-Subwoofer, der unter Thomas Schreibtisch steht, damit kann ich jetzt leider nicht dienen, aber vielleicht baue ich mir da auch noch ein. Die hören sich gut an. Mein Beides war meiniges klarer und besser. Hören wir mal bei mir einen rein. Pascal hat recht. Die Lautsprecher, die hören sich echt sehr, sehr klar an, aber wie schon befürchtet, es fehlt ihnen einfach ein bisschen der Bass, dadurch, dass er keinen Subwoofer hat. Trotzdem ist es schon krass, was aus den kleinen Dingern jetzt für einen Bass rauskommt. Nur durch diesen... Das ist ein Flexball. Checkt ihr gerne mal die Gimbals von Hoem ab und wir sehen uns dann hoffentlich bald im nächsten Video. wenn ich auf dem Boden auf das Hacke hinzu, Vielen Dank.